Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer von euch ist Sam Harris? Wodka Red Bull ist seltsam. Man fühlt sich gleichzeitig betrunken und unter Strom gesetzt. Vielleicht sollte ich jetzt mal tanzen, aber für mich gehört dazu ein Partner. Obwohl dem da ist das ja auch egal. Vielleicht mache ich's. Vielleicht auch nicht. Vielleicht jetzt sofort. Bis zum nächsten Mal.